Moin aus PEFSO! Gerne möchten wir Ihnen heute eine neue Liegenschaft präsentieren. Es handelt sich dabei um einen Bungalow mit dem Baujahr 1980, der danach noch umfassend modernisiert wurde. Dieser Bungalow steht auf einem Grundstück mit 600 Quadratmetern und bietet Ihnen rund 130 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, folgen Sie uns auf einem kleinen Rundgang durchs Haus. Wir starten einmal hier in der gemütlichen Küche. Die Einbauküche datiert aus dem Baujahr 2000 und ist bereits im Kaufpreis enthalten. Direkt daneben befindet sich eine kleine Speisekammer. Dort ist auch die Thermen runtergebracht. Auch die Thermen ist aus dem Baujahr 2008. Weiter geht's in das großzügige Wohn-Esszimmer. Am Boden sind wir gleich Fliesen zu finden. Besonders schön ist zum einen der Specksteinofen, der Ihnen wohlige Wärme bietet. Toll ist auch die große Fensterfront, die Ihnen den Blick ins Grüne ermöglicht. Und Sie haben hier auch den direkten Ausgang auf die Südterrasse, dazu aber gleich mehr. Weiter geht's in das erste Schlafzimmer. Am Boden ist Laminar zu finden. Das Schlafzimmer geht nach hinten zur Gartenseite hin. Direkt angrenzend ist das zweite Schlafzimmer, das mit Teppichboden ausgelegt ist und auch Richtung Garten ausgerichtet ist. Hier war vorm Eintrittsschlafzimmer vorhanden. Der Raum wurde nachträglich umgebaut zu einem Hauswirtschaftsraum. Möglichkeit für Waschmaschinen und Trockner unterzustellen und Sie haben, was besonders praktisch ist, von hier auch die Möglichkeit unter das Carport zu gehen und Richtung Werkstatt. Direkt daneben befindet sich das schicke modernisierte Badezimmer mit ebenelliger Dusche. Schicke Badmöbel, die auch bereits im Kaufpreis enthalten sind. Besonders angenehm ist auch, dass Sie hier bereits Fußbodenerwärmung haben. Direkt daneben befindet sich das Gäste-WC. Am Boden ist Vinyl verlegt. Gerne möchte ich Sie jetzt mit ins Obergeschoss nehmen. Das Obergeschoss erreichen Sie über eine massive Holztreppe. Der Dachausbau erfolgte im Jahr 2000. Auch das Dach wurde bis in die Spitzen gedämmt. Hier oben befinden sich noch drei weitere Schlafzimmer. Diese sind sehr klein, aber durch Dachschrägen und altes Ständerwerk sehr gemütlich und urig. Ja, beginnen wir mit dem ersten Zimmer. Am Boden ist Laminar zu finden. Um die Ecke finden Sie noch eine kleine Schlafnische, ganz gemütlich. Hier geht es in das zweite Schlafzimmer. Auch hier ist am Boden Laminar zu finden. Und noch ein drittes Schlafzimmer. Nun nehmen wir sie noch mit in den Außenbereich. Auch im Außenbereich hat dieses Objekt einiges zu bieten. Direkt vom Wohn-Esszimmer gelangen Sie auf die schöne, überdachte Südterrasse, von der Sie einen wunderbaren Weitblick haben, aber dazu gleich. Ja, von hier kommen Sie auf die ehemalige Garage, die aktuell als Werkstatt genutzt wird und die Ihnen nochmal schönen Stauraum bietet. Pflasterung und Holzstand wurden nachträglich neu dazu gemacht. Ja, gegenüber vom Holzstand befindet sich eine weitere schöne Listeecke, die auch gepflastert ist, von der man aus den wunderschönen Ausblick und Weitblick genießen kann. Direkt ankrenzend an das Grundstück ist eine Pferdeweide und dahinter befinden sich weitere Hüge. Wir hoffen, dass Ihnen dieser kleine Rundgang durch diesen schönen Bungalow in schöner Lage gefallen hat. Gerne vereinbaren wir einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Melden Sie sich doch bei uns. Viele Grüße und einen schönen Tag. Wünsches Ahoi Team.